Ah, es geht! Reicht das? Ja, wenn er anfängt zu wachsen, dann... Ja, meiner Ruhe ein bisschen mehr, deswegen... Nee, braucht er nicht. Klar, du gehst einfach weiter, oder was? Ja, warum? Ich werde auch mal teleportiert, ich wusste nicht, ich wollte einfach noch weiterlaufen. Hast du noch nie Glühbirnchen gedingt? Die werden von Recht angezogen. So, und jetzt? Achso. Das ist ein Scheiter, eigentlich. Und jetzt? Und zack. Ist gar kein Checkpoint, scheiße. Was können wir denn mit den Glühbirnchen dann machen? Nichts. Warte mal. Kannst du dich da nicht rüberschwingen? Ja, ich komme ja längst so ran. Ja. Ja. Dann ist das doof. Kann man denn jetzt machen? Ja. Dann ist mir mein Zauberer wieder geholt. Ähm. Mach mal so'n Schutzding über mich. Nein. Setz das... Ja, oder heb das mal hoch, das... Oder das andere. Weit... Hallo? Weiter? Okay. Und jetzt? Schalter. Achso. Das ist doch nicht so gewollt, oder? Doch, bestimmt. Wieso denn nicht? Der hat jetzt ein Sorgen. Ja. Haha. Naja. Superspher. Na toll, jetzt bin ich hier der Captain. Kannst du es hier rüberschwingen lassen? Lass mal tauschen. Du kannst mehr von diesen Kisten machen. Ja. Achso. Warte. Machen wir hier noch ein paar Kisten hin, dann will ich da raufkommen. Ey. Boah. Ist noch irgendwie eine drauf. Ja, wenn wir da die mal hier stehen bleiben würden. So. 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 Oh. 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 Sehr gut. Du hättest mehr zu Abend essen sollen als nur einen Apfel. Oh. Nein, es ist der Wald. Wie das so aussieht, ne? Ja. Cool. Ah. Der Checkpoint, los! Jawohl. Abends Feuer mit dir. Geht den mal hoch hier. Den mit dem Schild. Fuck. Hä? Achso. Was ist das hier? Du stirbst. Okay, weiter. Ah. Nein, du. Ah, hier sind noch mehr. Hier ist wieder ein Checkpoint. Fuck. Das ist ein Baum im Hintergrund. Mhm. Ist der ein? Der verfolgt mich. Der guckt auf jeden Fall sehr böse. Oh, hier mal kaputt? Kann man das kaputt machen? Was? Achso. Nice! Okay. Ja. Oh Gott. Achso. Hier sind wir nur. Dort runter. Sehr gut. Ein Sammlergedicht. Super. Ja. Wahrscheinlich haben wir eh tausende von solchen Geheimnissen übersehen bis jetzt. Okay. So, und wie geht's hier jetzt weiter? Ist sie hier unten nicht weitergegangen? Da geht's doch nur zurück. Ne. Wieso zurück? Da geht's doch zurück, klar. Hier unten? Ja, von hier kommen wir doch. Nee. Nee. Nee, doch nicht. Pass auf. Hm, so was wär's. Nein. Ich hab doch hochgedrückt. Egal. Willst du nochmal runter? Ja. Vielleicht kann ich die irgendwie so umlenken. Welcher steuere ich denn am meisten? Am meisten der erste hier. Der hier? Genau. Okay. Oh. Ne, gut. Wollen wir den da oben auch noch irgendwie? Ah. Oh. Kannst du die Kanone da oben noch irgendwie auf das Ding schießen? Vielleicht. Da hinten wahrscheinlich, ne? Oh! Oh, ein Stück. Oh. 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 Sehr gut. Ja, ich hab das alles... Die Kanone ist erst nicht... Ist das alles? Level Up. Moment. Ich hab das schon gehabt. Ich warte noch, bis ich drei Dinge habe, dann kann ich im Monstergefängnis noch. Soll mal das bringen. Oder Eisfeine? Warte. Nö. Ich hab hier nur noch einen gerade. Hast du keine Energie mehr? Ne, ja. Warte nicht. Hier ist ein Schalter. Warte. Okay, hier ist ein Checkpoint. Lass mich mal den Magier nehmen. Kann ich nicht hier das Ding steuern von oben? Ne. Ah, ist halt hier bei der Fülle. Ja? Ah, okay. Dieses Rad kann nicht drehen. Sehr gut. Wie ist das? Jupp. Sehr schön. Ah, das ist Flanders. Flanders? Flanders, stimmt. Kann noch achten. Ähm. Ey, hat er dich mal... Ah, ne, der erste hat mich nicht erwischt. Unten war noch einer. Oh nein, oh nein, und weg. Geh mal ein Stück zurück. Achso, nicht. Ne, das bist du. Und zack. Ah. 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 Oh Gott. Ohohoho. Nein. Oh, ich bin drüben. Wie geil. Voll gut. Ah. Oh Gott. Ein Mausseiger mehr. Wo ist er denn? Ach, da. Was ist das? Weg mit dir Hier oben ist noch irgendwas Warte, ich schleudere mich jetzt mal rüber Glück Versuch was mal wieder wert Schau dir erstmal diesen Troll da, oder? Ach nee, warte, das meine ich Geh mal das Ding weg Nein So, und wieder was? So Volles Troll Das wäre irgendwie Oh, geh mal weg Ah Nein 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 Nein, hör auf Okay Oh, alter Oh, das wusste ich ja nicht Wusste ich ja nicht Ich hab in die andere Richtung geschlagen Halt die Fresse Nein, hör auf jetzt Geh nochmal weg Ist gut jetzt Bitte Ja Bin ich ja ausgelastet Bitte Ja los, und jetzt Ja Nein Josh Ich bin drüben Sehr gut Mich auch Ist das hier? So Einfach nur so ein rotes irgendwas Ein rotes Licht Sieht ja eklig aus hier teilweise Ich finde die Grafiken eigentlich nicht schlecht Ganz nett So, du kannst das Rad drehen hier, oder? Ja Oh, warte Oh Jetzt Obst du rüber? Nein Oh, hier unten ist aber ein Geheimnis Echt? Hier ist noch mehr Hier bräuchte ich aber dich, glaube ich Äh? Ich komme jetzt hier wieder hoch Gar nicht Ich komme hier wieder hoch, hallo Ich hänge leider fest Okay Ich weiß nicht, wie ich hier wegkomme Ich weiß doch gar nicht, wie ich hergekommen bin Weil eigentlich sind hier nur Wände Kann ich mir mal den Krieger, bitte? Hm Hm Wunderbar nur ein Dings, ne? Hm Ein blaues Energieding Ah Hä? Jetzt hast du mich teleportiert Sehr gut Weiß ich nicht, scheint so, ne? Ups Extra hier hoch Ah, fuck Da auch noch so ein Feuerherding Kann auch da lang gehen, ja Okay Herz 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 Oh Gott, nein, oh Und jetzt so, ho ho Nein Da war's Da war irgendwie so ein explodierendes Fass Oder so Hm Ah, okay Äh So Oh Kommst du denn jetzt hier rüber? Schau ich in der Zeit nicht, ne Soll ich dann wieder weiter gehen, einfach? Ja, dann genau, da muss ich teleportiert werden Ja Wir müssen ja eigentlich schon tot sein, ja Hier das jetzt soll ja auch ein bisschen fixer Aber so könntest du ja doch schon mal nicht so machen Wo bin ich denn hier? Gehen wir uns Gehen wir hier hoch? Ja Was machst du denn? Hier steck auf Nein, woh Egal, das ist nicht so ein Ding, oder? Das jetzt hier? Das ist ne Säge Hä? Erst verstehen muss man das hier irgendwie alles Hier kommt das immer so Woah Ich kann den nicht hochheben Idiot Ja Du bist tot Viel Glück Okay, äh Ähm Ja Kann man da oben irgendwie bleiben? Muss man hier runterfallen? Nein Der kommt erst wenn beide uns sind, oder was? Nein! Da oben gehen wir mal nicht mehr so viel an Kannst du den nicht hochheben? Nee, nee, kann ich nicht Dieser Endboss, den kriegt man nicht Kacke Äh, okay Aber der hat jetzt auch nicht mehr so viel Energie, ne? Aber ältere die? Okay Da muss ich einfach nur hoch springen im richtigen Augenblick So Nein Nein Krieg's hin, oder? Oh Wie dämlich Ich kann doch einfach hier hoch Ja Nein Oh Du machst ihn wieder alles kaputt Ja, ich muss noch Oh, ey Achso Ach, das ist der Hesel Okay Oh Backpoint Wie bist du jetzt hoch gekommen? Ich hab da eine Kiste runtergelegt, dass das Ding nicht mehr runterklappt So So Wie ein Bull Oh Ah In die Säge rein Oh Hör zu lachen, du Schwein Bam Oh, oh Oh Achso Das war in meine Hammer Oh 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 Ich wollte doch nur den Tank haben Oh Sehr gefährlich hier, ne? Achso, und wenn ich da jetzt Wasser rein? Hm Wenn die dann trisst? Nein, dann soll ich ja auch drin Mehr Hammer Was bringt denn das? Geht da gar nicht rein Ich will ja am besten, ich geh jetzt hier runter und dann Da muss das Wasser hin Ja Ach, da muss das hin Ach, ich bin ja da Ja, 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 ja Mal hier mit vielleicht Mach nochmal Wasser Ach, ich bin ja da Oh Oh Scheiße Muss ich von hier machen Ja, aber mit dem Bogenschützen, aber einfach, oder? Ah So Ja, los Oh, ey Ja, es geht Perfekt Was Oh Um Was Was Now Uh Was Was Untertitelung des ZDF, 2020